Radha Krishna Karuna Lola Erläuterung des Kirtans 150 im Yoga Vidya Kirtan Heft Radha Krishna Karuna Lola ist ein Kirtan zur Verehrung von Krishna. Radha Krishna Karuna Lola ruft Krishna auf verschiedenste Weise an. Krishna ist Radha Krishna. Radha ist der Name der Lieblingsfrau von Krishna, der Lieblingskuh-Hirtin von Krishna. Und in manchen Traditionen sind Radha und Krishna das göttliche Paar. Radha steht auch für Liebe. Radha steht auch für Freude. Krishna ist der Dunkle, der Schwarze. Krishna ist der Geheimnisvolle. Krishna ist Karuna Lola, das heißt voller Mitgefühl. Er ist eifrig voller Mitgefühl. Deshalb also Karuna Lola, er ist immer bemüht voller Mitgefühl. Er ist Gowinda, er ist unser guter Hirte. Er hat Murali, Murali, er hat eine Flöte. Und er spielt auf dieser Flöte, der Ruf der Seele ist dieser Flötenruf. Krishna ist auch Gopala, der gute Hirte, der sich um uns kümmert. Er hat Gopala, der sich um alle Wesen kümmert, wörtlich, der sich um die Kühe kümmert. Aber Go steht auch für Erde. Go steht für alle Wesen. Krishna ist Gopala, der sich um alle Wesen kümmert und alle schützt. So ist Radha Krishna, Karuna Lola, ein wunderbarer Kirtan, um sich ganz in die Obhut von Gott zu begeben. Gott hat Mitgefühl, Gott liebt uns, Gott kümmert sich um uns, Gott schützt uns. Dies drückt dieser Kirtan zum Ausdruck. Gehört zu den beliebteren Kirtans bei Yoga Vidya nicht ganz so einfach zu singen. Er erfordert einiges an Melodiegefühl und auch an Rhythmusgefühl. Aber wenn man es kann, ist der Radha Krishna Kirtan ein besonders schöner und machtvoller.